Gute Neuigkeiten für Fans der Bambino Claudi. Die Windel gibt es ja schon eine Weile und ich habe sie auch schon mal ausprobiert. Im Praxistest wurde es keine Top-Platzierung, weil die Saugleistung nicht überragend gut war, viele andere Windeln schafften mehr. Dafür konnte sie mit einem schönen Design überzeugen und bequem war sie ebenfalls. Zwei große Kritikpunkte von mir blieben aber, sie war nur in wenigen Shops erhältlich, der günstigste bot sie für 24,93 Euro pro Packung an. Das ist üppig, wenn man bedenkt, dass nur acht Stück in einer Packung enthalten sind. Somit kostet eine einzelne Windel satte 3,12 Euro. Einige andere kosten weniger und halten deutlich mehr aus, ein gutes Verhältnis vom Preis zur gebotenen Leistung sieht anders aus. Dazu war der günstigste Shop im Ausland. Wer in Deutschland bestellen wollte, musste noch etwas mehr bezahlen, hier ging es ab 25,43 Euro pro Packung los, zuzüglich versandt. Doch seit kurzem hat sich das deutlich verändert, verschiedene Bambino-Windeln sind bei Daipa Minister wieder lieferbar. Dazu gehört die Cloudy, aber auch einige andere. Zum Beispiel die Bellissimo, zu der ich schon mal einen Praxistest gemacht hatte. Die Cloudy kostet hier nur 18,90 Euro pro Packung, was einem Stückpreis von 2,36 Euro entspricht. Damit sind wir 76 Cent günstiger als vorher, das ist ein ordentlicher Unterschied. Die Windel wird dadurch zwar nicht zum Preis-Leistungssieger, wenn man sich zum Beispiel die Reat Safari anschaut. Sie kostet 2,33 Euro und hält noch etwas mehr aus. Aber wir sind mit 2,36 Euro in einem vernünftigen Bereich, bei dem ich finde, für die Leistung ist der Preis noch in Ordnung, wenn man das Design mag und nicht die maximal mögliche Saugstärke benötigt. Die Windel selbst hat sich zwar nicht verändert, aber den Preis sehe ich als wichtigen Punkt bei der Kaufentscheidung. Vor allem, wenn es so ein großer Preissprung ist. Mein Testergebnis fällt damit besser aus und ich freue mich darüber, weil mir die Cloudy ansonsten gut gefallen hat. Und es kommt nicht so oft vor, dass ein Shop eine Windel so viel günstiger anbietet. Wenn überhaupt, dann ist es ja meistens andersherum, wie man es leider bei Abu sehen konnte, die Peak Abu ist massiv teurer geworden und liegt meiner Meinung nach weit über dem Wert der Windel. Ich werde mir nun sicher bei der nächsten Bestellung wieder ein Paket Cloudy kaufen. Was denkt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare und bleibt trocken.